Mädels, und zwar haben wir heute Freitag-Baddle. Am Start ist der Obi. Moin, Moin, Moin. Der Andreu. Hallo. Und der Kalaschnikov. Hallo. 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 Pass auf, Arthur, die kommen. Na, die kommen. Die sind die Chinesen, schade. Hier, das hält dir wieder auf die Beine. Oh, wo schießen die alle her, ey? Pass auf, Arthur, hinter dir. Ey, Kai. Oh, nee. Und dann noch Headshot. Boah. Na, was denkst du, Kleiner? Immer auf dem Kopf ziehen. Immer auf dem Kopf. Immer auf dem Kopf. Immer auf dem Kopf. Ey, der hat nur noch acht hin. Ja, am Tag kriegst du mich noch? Jawohl. Achtung, der hat Hände. Au, du hast mich mit den Dingens erledigt. Wünsch was? Ich hab keine Munizoot mehr. Ich brauch Hilfe, die Schweine haben mich festgenagelt. Hups. Ja, mit der Schrotflint, Alter. Wie geht denn das denn? Das war ja gar keine Absicht. Ja, Kai. Ja, mein Kind. Ich hab keine Munizoot mehr. Ja, eben hast du es bekommen, jetzt kriegst du es nochmal. Aber noch mal eine Spur dreckiger. Das war letzten Freitag, du Pussy. Ja, ich mein, eben hast du es auch nochmal ordentlich. Los. Ich muss jetzt ninbern. Oh, oh. Oh, voll... Wihiiiihihihi. Wihiiiiiihihihi. Achtung, Adam ist wie mir. Und, äh, Arthur Sniper mit der Deagle. Nein! 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 Was machst du? Zuerst gibst du ihm noch einen Kill, dann stellst du dich noch davor. Nein, ich hatte keine Munni mehr, ich wollte dich nicht wiederbeleben, ich wollte ihn damit töten. Ja, genau, ich habe eine scheiß Waffe jetzt. Ich wollte nur ihn töten, wenn ich damit nicht wiederbeleben will. Aha, Entschuldigung, du wolltest mich wiederbeleben. Nein, nein, ich wollte ihn töten und nicht erwarten. Aha! Oh! Nein, tipp doch mal runter! Ja, hast du das gesehen? Es hat voll gebacken. Ey, wo ist seine Bumbe? Mein Gott, ich muss ein anderes Setup nehmen. Nein, halt. M-m-m-m! Nein! Alter, er fehlt uns! Oh, jetzt hat ich mal eine Kugel im Lauf, ey, wie geil ist das? Ich habe jetzt wieder eine Waffe voll geladen, alles klar, Juhu! Wo schneidet der Camper? Ich sage mal, Diggl gegen Messer, 1 zu 0 für Messer. Oh, einer Schiesser! Oh, wo ist denn der Camper? Hier, werfen die Hilfe und bringen! Warte, ich werfe ihn über, unterstütze ihn rüber. Oh! Tatsächlich ist er am Camper dort oben! Weiss ich nicht. Nein, ich muss nachhauen! Ich auch! Da! Oh, das hat aber weggeselt. Nee, bitte besser, ne? Oh! Kann ich nachhauen, wenn ich auch... Arthur, warte an, Arthur. Ja, genau, 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 genau. Warst du das, Leo? Ja. Oh, nee! Markiert! Darumorgen! Beide toben, beide! Ich stimmt gar nicht! Oops! Sorry, sorry, sorry! Ahhhh, cacklackalackalackalackalackalackalack! Ooohhhhhhhhhh! cture приготовlackalackalackalacka´ Chяжiert! altungorgenocker Hey, ich hab ne Händler an die Medaille, bitte. Amtakt hat er ich auch nicht. Ja, ja. Bei ihm sagt mir so wie ihr. Hey, die E-Shang hier. Komm her! Oh, nee! Ja, ist ja schön. Nice! Jetzt! Ach, sehr schön. Der Ander ist auch da. Ja, du versteck dich. Wieso nicht? Warum kann ich hier nicht mehr hoch? Also ihr könnt doch schon mal... Ihr könnt doch schon mal auf eine extra lange Folge einstellen. Ja. Der kommt hoch. Wo? Zurück! Nein, 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 nein. ganz kurz innehalten gibt. 101. Ja. Ah, ja, den Unbattle-Path. Warum ist das Gleichstand, ja? Da war ich noch recht mit mir. Oh, ich hatte vorhin mehr Punkte als die gehabt. Oh, da vorne ist einer. Ja. Oh, der andere! Der andere ist markiert. Ja, genau. Wieder mal durch. Ich bin hier festgenagelt. Hilfe! Oh, nee. Sorry, Leo, geht nicht. Ganz ganz links. Ah, du, der ist im Wasser. Kommt, der ist da. Kommt! Kommt! Kommt, das liegt bei! Kommt! 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 Oh, nee! Kommt! Ich hab keine Muni mehr gehabt, das war das Problem. Achter, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Na! Nein! Nein, das geht nicht! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Du arbeitest doch mit Obi zusammen und kannst sagen, was du willst! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Ich wollte es eigentlich besser, aber dann habe ich gedacht, oh, scheiße! Los drauf! Boah! Ah! Was? Ich habe jetzt von Luftblasen nichts mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das war. Na! Was? Nein! Ich habe jetzt das Estáb re weit, wenn man hinter dir geht, gibt es sonst zu grund. Ich ataека! Was ist echt sicher? Ich habe nicht alle gesehen! lin Ă, die семь долларов ist einfach mal her. Ich helfe. Alright, das é生 muss nicht wahr sein, dann kommt's gut. Mit seinem... wer tut sich denn da ein Schalldämpfer drauf? Ja, nur jetzt für zwei Räder, damit ich ein bisschen weiss, wo ich bin. Da hat er recht. Markiert. Einer ist oben. Einer ist vor. Da haben wir euch dahinten. Ja, ich hab markiert. Unika ist scheiße, ne? Hey, ich hab die Fähigkeit. Heile, heile, okay. Die Filtern, ne? Was? Mit einem... mit einem... und... Das war ein Headshot. Headshot? Mhm. Das war ein Hammer. Und ihr euch nicht mehr, oder? Au, 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 fuck. Aber der... Der Kai spielt nicht mit der Diggel? Doch, die haben ja gerade am Arto sie nicht aufgenommen. Der Kai spielt nicht mit dem Kopf. Die sind mit dem Kopf. Das ist für dich! Ich hab vielleicht keine Munde mehr. Die sind mit dem Kopf. Oh, hinter dir kommt noch ein Blitz! Der war schön! Achtung, rund um, rund um, rund um! Nein, nein, was machst du? Hey, ich dachte, da stand doch gerade noch mit der anderen. Was machst du? Wolltest du ihm küssen? Wolltest du ihm hoch helfen? Wir sind doch doch zu zweig! Da wird im Spiel mit vier Leuten! Komm, ich helf dir mal kurz hoch! Du siehst so erschöpft aus! Ja, ihr seid alle so alt, weißt du, deswegen... Mein zarten 21, weißt du, das geht ja noch! Oh, da oben ist einer! Ja, markiert! Ich hab dich doch getroffen, oder? Ich bin tot! Hat dich getroffen! Michael ist getroffen, ja! Doch, der reanimiert ihn, der reanimiert ihn! Der kommt! Sehr schön! Der andere ist im Westen! Und unten oder oben? Weisst du nicht, ich habe sie nur gehört. Ja, oben! Hab ihn! Nice! Ähm, hast du Unica? Unica habe ich auch. Okay, 20 Headshots mit der. Ja! Abantisch Headshot! Oh, verdammte Angst! Ja, darum... Darum spielt der Adam jetzt mit der Unica! Äh, muss ich vorher spielen, ne? Komm ich nicht drumrum, ne? Nee! Oh, von hinten wieder! Dann kommst du echt nicht drumrum! Boah! Oh, nice! Soll ich ja nicht von sein! Jetzt braucht er ein bisschen, aber dann kommt der Leo, hm? Ähm! Ah, ist noch ein Junge! Ey, ich bin ins Wasser übersprungen! Kann doch gar nicht schwören! Boah! Äh, Unica! Ne, noch 49 ist markiert! Uff! Ja, Baby! Du bist da! Du bist da! Ist markiert! Und jetzt bist du gleich tot! Achtung! Jetzt bist du tot! Jetzt bist du tot! Jetzt geht's! Du hast, glaub ich, auch mit der Deagle keine Chance gegen die, ja? Mit der Unica gegen die. Damn shit! So, ich kann beim André mich nicht rauspollen. Soll ich mal kurz hinstellen, dass ich mal wenigstens viele Headshots hab? Ich war bei einer Schwimtchen. Mal kurz hinstellen, dass ich viele Headshots hab. Ja, 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 klar! Ja! Unica schießt hier, das ist unser. Ey! Ihr Wichser, ey! Nee! Oh, nee! Adam ist echt gut mit der Unica! Adam, wie machst du das mit der Unica? Ich ver... Begreif's nicht. Ja gut, er hat einen Unica-Cheat, gell? Unica ist doch so schwachs Waffe! Ja, genau, ey! Nein, Unica ist eigentlich gar nicht so schlecht! Nee, ich komm mit der Glutzer. Ja, ist eigentlich gar nicht so schlechte Waffe. Wie ist sie so langsamer? Ja gut, aber dafür macht sie auch einfach damage, eigentlich. Hat er ganz Wasser gesprungen dahinten? Wie eigentlich nicht? Markiert, Arthur, der ist da! Ich werde dir ordentlich in den... Boah, ey, ist übel, ne? Weißt du, ich treff keinen einzigen Treffer mehr, der Rudi kann. Ja gut, du bist auch in den... Was? Oh, warte! Oh, warte! Komm bei mir raus, Arthur! Kann ich bei dir raus? Ja, stimmt. Komm bei mir raus, Arthur! Ja, genau! Nein! Oh, ja, da... Oh, ja! Oh, ja! Ich hab dir doch genau ins Gesicht geschossen, Daniel! Na klar hast du mir ins Gesicht geschossen! Ich hab mir in dein Penis geschossen! Ja, stimmt, das macht mehr Spaß! Oh! Ah, Adam! Reanimier mich wenigstens! Oh, ich hab keine Muni mehr, ey! Ja, reanimier mich! Ich kipp doch Gott! Oah! Ich musste doch... Ich musste ja irgendjemand in die Wache klauen! Oh! Ah! Oh! Mit der Schrotflinte! Ja, mit der Schrotflinte! Ach Quatsch! Immer so nebenbei! Mit der 870er! Eww, hab ich das nicht versehen? Ja, kann ja was passieren, ne? Ah! Hey, Jungs! Wir sind vor! Und da wollen wir auch bleiben! Ihr E-Shang her! Oh mein Gott! Na gut, ihr habt's alles schon mit den Augen im Alter, oder? Nee, ich war nicht! Ey! Adam! Ja! Was geht denn mit dir? Der dreht sich um! Der Adam geht ab ohne! Ich muss die Adam jetzt bitte beschützen, Freunde! Vor euch hier! Richtig! Wir machen uns jetzt alles ganz anders hier, Freunde! Ganz, ganz anders! Also, ich bin der Älteste hier! Bei der Reaktionszeit ist es so schnell! Ja, du hast Fähre gehabt! Du Pussy! Bist du der einzige, der Fähre gehabt hat? Er ist im Wasser, der trompiert! Null Shit! Ja, ja, hüpf du nur! Hüpf du nur! Oh! Ah, schluck das! Ey, ich slow-rayler! Ich habe alles was! Hinter dir! Hey, hinter dir! Hinter dir! AAAAAAAA, du Salakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalak! Äiss! Ich habe nicht gewusst wo. Ja ja, hol nur die Waffe, hol nur die Waffe, ja ja. Wie geil, das Spiel macht Spaß, macht Spaß. Leute, ich danke euch jetzt schon für den schönen Abend. Ja ja, auch. So Leo, jetzt musst du wieder Gas geben. Hä? Geht's doch nicht. Also das ist plötzlich. Also Nahkampfwaffen sind ja alle in Ordnung, ne? Also D4 und so, ne? Oder? Jaja. Ja. Boah. Unglaublich ey. Ich muss mir mal eine Waffe richtig berichten. Unglaublich. Ich habe gerade einen ge-nethert. Adam ist echt richtig krass, was der von ihm hat. Okay. Ich bin so stolz in deinem Team zu sein. Komm her! Er steht! Auf die Püße schießt! Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich dachte, du weißt das nicht. Ja. 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 Jo, Pussy... Oh! Auf der Tür! Achtung! Von hinten da an der Seite! Komm, genau da an der Seite auf der Tür! Jetzt die Spiegel raus! Noo! Achtung! Ach tu! Doch! Jetzt kommt der raus! Aber ich bin auch schon ziemlich flitter, ey. Haben gesehen. Nix haste. Ey, ich war doch schon in einer Messer-Animation. Unglaublich. Achtung, hier. Oh, hey Adam ist echt unglaublich. Echt übel. Komm her. Herr Baden. Ich habe jetzt Munition. Oh. Hab gesehen. Hier oben. Geil. Oh, das ist ein Messer. Ja, der war dazwischen. Das hat perfekt zu tun, ey. Ich will hinter dir tun, ey. Ich schieße den ab und dann kommt der ein Messer mit. Das fand ich aber nicht. Ich habe neue Munition für dich. Warte mal, ey. Ihr seid ja schlecht, ey. So jetzt, ey. Herr Adam, du hast echt übel, ey. Einen Schuss und dann gleich einen Heddy, ey. So krass, so krass. Ich muss ja irgendwie wie viel im Headshot sammeln. Ja, aber nicht mit dem Deagle. Nein. Oh, nicht klar. Achtung, der kommt hinterher, Adam. Nein. Habe, 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 habe. Habe, 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 habe. Ey, bleib mal stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Es gibt die Linie. Ah, danke. Lass mich doch mal. Da oben sitzt einer. Ganz fein. Ganz oben. Das ist Arthur. Ich hab ihn auch gesehen. Da liegen wir. Warum hast du deinen Fuss in meinem Schritt? Ich weiss nicht, weil ich das geil finde. Ey, ich habe keine alten Sachen. Der ist wieder. Scheisse. Nein. Nein. Und dann einen Heder. Und dann einfach mal einen Heder, den er reinhaut. Ja. Anders spiele ich eigentlich gar nicht. Ja. Das war das erste Mal. Ja. So. In einer halben Stunde ist es jetzt rum. Mal ein extra langes Freitagsspecial hier. EZ. Leo, komm, holen wir noch auf. Sechs Minuten, komm. Acht von diesen Pimmels killen. Ja, jetzt kommt er von hinten her. Nein. Jetzt hätte ich gar keine rennen. Nein. Sehr gut, Arthur. Sehr gut, Arthur. Sehr gut, Arthur. Ich hab doch abgewehrt, Mann. Nein, er ist schon nöt. Warte auf, da kommt der nächste hinter dir. Ne, vor dir. Hey, Lüge, Schau. Ich hab doch noch schnell den Antifahrt. Oh, das ist ja auch. Du, Strich. Du, Strich, ja. 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 Ach, die sind ja auch hinten. Beide mit der Liege. Du, Strich, ja. Du, Strich, ja. Du, Strich, ja. Ich hab einen, ich hab mich. Du, Strich, ja. Bleib' und fänglich. Kommt zu zweit. Eine links, eine rechts. Nur vier. Kommt eine. Nein, nein, nein. Hold it, 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 hold it. Yes. Immer nur vier, immer nur vier. Achtung, hier ist heile, heile. Weiter geht's, komm. Ich hab noch vier, noch vier. Da kommt einer hoch, bei dir. Ab ihn. Boah, nur 27. Nein. Ab ihn nicht, Adam. Keine Chance. Adam nicht gegen uns, nein. Boah, nee. Der hat geleckt. Er war eigentlich schon draußen. Aber auch. Klar, ich hab wirklich. Nein. Ja, ich hab dich gemessert, Alter. Nein, gemessert. Nein. Boah, jetzt wieder fünf. Scheiße. Da kommen sie, Achtung. Boah, nee. Sehr gut. Ich hab noch fünf. Fuck. Ich hab noch drei Minuten für fünf. Das schaffen wir, Leo. Das schaffen wir. Boah, 17 hat er nur noch. Oh, was ist das? Ich hab noch eine Achtung. Keine Achtung. Hm? Das ist aber keine Tegel hier. Hey, klar, das ist keine Tegel. Ich hab ja keine Tegel. Ich hab ja keine Tegel. Hey, du bist nur die Achtung, Freund, blase hier, ne? Ja, das ist ja nicht meine Waffe. Na, was soll ich machen? Ich hab keine Tegel. Hat er dich? Nein, er hat dich noch. Ah, du hast nicht mal die Unica? Na, ja, die Unica. Der hab ich nix. Aber die hast du. Ich muss ja nie hin. Hast du jetzt die Unica oder hast du jetzt die Unica nicht? Ich weiß nicht. Ich bin doch die gar nicht mehr Tegel. Ah, du hast die Unica gar nicht? Nein. Ach so, dann sag doch da. Ah, billig. Nein. Billig. Achtung, der andere läuft mit der G8 um. Das mit dem Scheissschild, das ist echt nicht schlecht. Ja, das nütze ja mal nix. Ja, das ist ein Messer. Also Artl, du hast ja vorher gesagt, du hast die Unica, oder? Geil. Wie krieg ich die überhaupt? Hast du die echt noch nicht? Und Pilz aus dem Wasser. Ha? Pilz aus dem Wasser. Haben wir schon mal den Knopf mit dir gedrückt? Weisst du, ich bin versunken. Dragon. Drunken. Komm, komm, komm. Vielen Pilz brauchen wir. Nice, 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 nice. Oh, fuck. Ohhhhh. Achtung, das ist noch ein A. Ja. Achtung. trainier gar nicht auf. able. Schööön, nice. Einmal noch 5. Nimm jetzt eine RPG, ey. Schschsch. body, im noch 3. Sorry, 5. Hinten, gesehen? Nein? Ne, doch nicht. Hier bei mir ist einer. Einen habe ich. Hey, ich werde dich schon übel. Ich werde auch gar nicht zu ziehen. Boah! Nice! Da hier! Noch einer, komm! Nein! Arthur, kill ihn! Komm schon! Arthur, versteck dich! Nichts versteckten! Komm, nein, 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 nein! Boah, nein, 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 nein! Oh, das gibt's doch nicht, ey! Einen kill, Mann! Oh, nein! Ja. Sehr schön. Ey, das macht doch Bock, ey. Das ist geil, ey. Ja, ich sag ja, zwei gegen zwei ist das Besten, als es gibt. Ich war nur drei gegen drei. So. Ja, dann. Dann danke mir fürs Zuschauen, für diese extra langen Freitagssession. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Ciao!